So, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 19. Ihr seht es vielleicht an der Minimap. Wir ernten aktuell unser eigenes Feld und das ist Feld 17. Da ist Soja angebaut. Ich mache mal kurz die Taschenlampe an. So. Abgeerntet. Erntereif. Gedüngt zu 100% Unkraut. Nix. Gehört mir. Ist zwar in der ersten Stufe erntereif. Ich weiß nicht, ob das in den späteren Stufen vielleicht noch reifer ist, um mehr Ertrag da zu fördern. Weiß ich alles leider nicht. Aber ich wollte das jetzt schnell ernten, bevor das Unkraut noch reinkommt. Oh, Helfer B ist mit der Aufgabe fertig. Da ist er. Gut, wunderbar. Dann geben wir mal schnell den Auftrag ab. Du bist nicht fertig. Kollege, was soll das? Raus. Raus. Raus zoomen, zoomen, zoomen. Wieso sagst du, du bist mit der Aufgabe fertig? So, dann ziehen wir das mal schnell durch. So, ja, Ernte können wir dann immer noch beobachten. Wie kommt der drauf, dass der fertig ist? So, ja. Wieso sagst du, du bist mit der Aufgabe fertig? Ja. Ja. So, jetzt. Das Feld ist fertig, wenn der Bauer sagt, es ist fertig. Das ist ja mies. Mein Helfer wollte mich verarschen. So, weiter geht's. Wie schön, wenn hier überall ein paar Fahrzeuge... ...bei der Arbeit sind. So, jetzt ist es aber abgeschlossen. Gut, dann springen wir mal raus. Abschließen. Gruppern, Feld 28. Ernten, 23 Weizen. Das war das schiefe Gruppern, 29. Sehen, ernten. Komm, da machen wir noch. Vertrag akzeptieren. Vertrag akzeptieren. Feld 28, das ist bei mir gegenüber. Da machen wir mal Licht an. Das fahren wir jetzt mal fix fertig. Das fahren wir jetzt mal fix fertig. Ja, da machen wir noch mal. Das war das, was wir jetzt sagen. Das war das mit dem Club, da machen wir wieder. Das ist der dringende Lust nicht. Das hat das, dass wir die Sauerkraube machen können. Und das war das mit dem Flügel. Und das war wiederum. So, das geht wenigstens schön flink. Der Fendt ist hier eh so ein krasser Traktor, super billig, aber schön schnell. Also bei dem kann ich überhaupt nicht meckern. Ah, nicht, 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 nicht ins Cockpit springen. Kuppern, kuppern, kuppern. Ernten, ernten, ernten. Hmm. 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 Ich weiß, deshalb bin ich hier. Ich will es abholen. Gib mir deine Soja. Ich will es abholen. Einmal bitte wenden. Komm, das bringen wir auf den Hof. Das bringen wir jetzt im Silo. Dann kann ich das nachher wirklich gemütlich beides abfahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein bisschen scharf eingelenkt. Oh Gott. Okay, ich bin komplett besoffen. Ey, ne Fresse. So. Stehen beide drauf. Ja. Dann habe ich hier bei mir im Silo 15.700. Okay. Zurück aufs Feld mit dir. So, komm. Die können wir beide noch überholen, bevor wir abbiegen müssen. Jawohl. Jawohl. So. Nicht zu viel Gras kaputt fahren. So. Und dann springen wir hier rein. Oh Gott. Und grubbern das selber noch fertig. Ach, ja. Ja. So. So. äufeld. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kleine Feld muss gleich fertig sein Und dann Ich habe jetzt keinen Zugang von Wegen Ich will dann nur das Feld hier ein bisschen Mal runterkürzen So Einmal hoch und einmal runter Ringsherum, das macht uns mundher Ich habe das Gefühl, die nächste Folge könnte genauso starten wieder Dass ich gerade den Mähdrescher abtanken möchte Oh Gott Es gibt dann ein schweres Déjà-vu Déjà-vu Runter So Abgeschlossen Ai, 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 ai Gut, erstmal hier aussteigen Dann springen wir mal noch ganz kurz Hier rüber Und er fährt gerade in die falsche Richtung Na gut, dann geben wir erstmal den Auftrag ab Ernten 23 Ernten 23 Nein Ich will da hinten nichts ernten Grober 29 Ah, scheiß, scheiß Scheißdreck hier Grober 29 Ja, scheiße, dann nehmen wir Wir nehmen Die nächsten Gruppe Auftrag an Aber dann erst in der nächsten Folge Tschüss und schau, bis zum nächsten Mal Bye, bye